Geistiges Eigentum sollte geschützt werden. Geistiges Eigentum muss geschützt werden. Gerade in Europa haben wir das Problem, aber auch in Amerika, dass geistiges Eigentum eigentlich das Einzige ist, was uns übrig bleibt. Wenn man alles wegnimmt, ist das geistige Eigentum das Einzige, was wir mit nach Hause nehmen und was wir jeden Morgen wieder in die Firma reintragen. Und wir mehren jeden Tag das geistige Eigentum. Wir mehren vielleicht jeden Tag auch noch unseren Wohlstand, aber wir mehren auf jeden Tag das geistige Eigentum von uns, von der Firma, aber auch von den Leuten, die wir sehr gerne haben und mit denen wir gerne zusammenarbeiten.